tach leute wir sind hier wieder mit einer weiteren team battle diesmal habe ich neomond als partner weil nico problem mit seinem pc hat und sich jetzt umbringen geht und dann haben wir hier noch zwei andere teams und zwar einmal justin und ist da ja ja okay cool und im nächsten team haben wir dann foxhari und ja hallo auch hallo gut start equip hier ist klar erst mal genommen ich bin nicht im kreative modus ich tue noch so ach verdammt so survival modus und dann würde ich mal sagen die wir alle unsere teams und dann geht's los die regeln kennen alle dann geht's los und dann viel spaß würde ich mal sagen ja gut so ungestört passen die kür ungestört und gespielt so müssen südwesten auf jeden fall weiß ich nicht nur warte ich lauf schon nein warte doch mal was na gut los hoch nicht rum oh gott jetzt werde ich fast ins wasser kommen ja die anderen laufen auch sie haben die holzschutz ab ups wir müssen die kühe wir müssen die kühe holen ja da sind die kühe ich will machen ein bisschen wir müssen alle ja mach mal holz später zwei stück am besten bist du holz später in einer stunde brauche ich erstmal mach da erstmal holz später wir müssen die kühe erstmal killen na meinst du weinst wir brauchen die du weißt wofür oder ähm ich darf nicht raten und zuckerraum mitnehmen zuckerraum auf jeden fall mitnehmen wenn du süß jaja den passen also beziehungsweise für ein buch und dann für ein einschalten okay ich hab da ich hab zwei holzschwerter ja wir müssen schnell die halten da nur ab die ganze zeit wahrscheinlich wenn sie sich ein schönes haus bauen und essen brauchen wir eigentlich auch richtig für die schnelle deshalb kannst du auch mal gleich alle Tiere mitnehmen die du siehst okay schafe werden auch ganz ruhig jetzt hat's kurz bei mir gelegt bei dir auch okay nicht dass das selber jetzt abkackt oh oh das ist nochmal gelegt so südwesten wie gesagt ja da bist du gut ja wir gehen sofort in die wüste und gucken ob da irgendwas ist ja geh schon mal vor ich hab da einen kürbis kürbis brauchen wir nicht egal ah da hinten seh ich schon so ne ne aber ich hab hier noch kühe oder ach und es gibt also eine pyramide Welt übel viele kühe töte sie alle nimm sie alle mit ja und schweine das darf kein anderer haben ich bin cowboy äh brauchen wir Kürbiser ne so nochmal an die Zuschauer vielleicht nochmal erst ist eine eine stündige Aufbauphase Neta ist erlaubt 350er Blockradius und ja das war's eigentlich mit den grundlegenden Informationen man darf keine Kisten plündern von anderen in der Friedensphase und ja das ist noch was hier ist ein Lava-Pack hier ist ein Lava-Pack egal ich suche schon mal nach irgendwelchen Ruinen oder irgend sowas aber ich glaub für nicht dass ich was finden werde ja wenn wir entscheidend haben dann ist es ganz gut erstmal in den Neta oder in den Nether oder in die Hölle ja ich sag Neta oder Hölle dazu also in Nether ich sag da nicht dazu gut dann würde ich mal sagen wir müssen eine Schale suchen was Schafe? nö na doch für Level vielleicht aber eigentlich nicht ne aber hier sind auch Schweine ey das geht's gar nicht nimm mit nimm mit wir brauchen alles essen weil sonst brauchen wir noch Stunden weil hier ist richtig viel nimm alles mit bitte ok ok hast du bist du schon in der Wüste? ja ich bin die ganze Zeit schon in der Wüste ok ich suche alles voll zum Kerb ich weiß jetzt nicht ähm wird das ja angezeigt wenn man das Border verliesst ja ja man wird da jetzt zurückgeportet eigentlich glaube ich hoffe ich ja ich muss aufpassen das ist ja sowieso nur eine Glaskoppe zur Sicherheit ja hier ich werd zurückgeportet hier ist der Border da steht dann Chad you have reached the edge of this world ok und hier ist keine kein Tempura irgendwas leider schade na das wär sogar eh gewesen ey da kannst du mal zurückkommen weil hier sind noch richtig viele Kühe und ich bin immer noch im Border also ich muss aufpassen dass ich nicht aus Versehen das Leder wegwerfe wie ich aus den Survival Games gewohnt bin ja das brauchen wir diesmal so das Zuckerrohr sehr schön ähm Hühnchen übrigens auch mitnehmen Hühnchen Fehlern brauchen wir auch für Pfeile Hühnchen nehme ich natürlich auch mit jetzt hab ich gar nicht auf die Uhr geguckt wir müssen dann gucken wann die Stunde vorbei ist ja ich denk mal beschreiben die das nicht? ja wahrscheinlich ok ich will also eine ungefähre Zeitvorstellung haben so wo bist du? Koordinaten? ähm äh minus 85 es steht rechts bei mir minus 85 minus äh 700 ungefähr ja ok ich bin nach Rüchter hier du hast einen Schwein vergessen dann ist nur eine Kuh ja ich hab jetzt hier noch mehr ja das fragt mich auch irgendwie ach so 3 nach 3 nach Hühner mitnehmen ja da ist noch ein Schwein oh nein oh man oh man was denn? ich bin so hier sind 3 fünf Kühle und ich bin außerhalb des Buches das ist doch egal wir müssen auf jeden Fall als eine Höhle finden eine tiefe tiefe Höhle äh wir könnten uns so ah ne ja könnte man äh bei mir gibt es viele Höhlen ja sag mal denn nur aktuell Koordinat äh minus 66 minus 735 ich sehe dich ja ich sehe dich auch da sind wirklich viele Höhlen ja da hinten im Wald drin ey da hinten ist ein Dschungel oh da könnte es auch Tempel geben ja und da der Tempel ist natürlich viel besser finde ich naja doch ne da gibt es noch eine ich hab mir schon mein zweites Holzwerk gemacht weil ich musste immer schön aber ich hab schon Fehler gemacht immer schön erstes Brot essen weil das Fleisch muss man auf jeden Fall braten jo ich hab schon fast Level 4 ich hab noch nicht mal Level 1 oh ne hier ist Ende schon ja ich hab doch gesagt 350 oder in dem Fall 300 ist nicht ist nicht so viel so jetzt braucht man eine gescheite Höhle auf jeden Fall let's play for warte mal ich muss jetzt eine tiefe Höhle suchen okay auf jeden Fall ja wir können auch Strict Mining einfach suchen das ist Quatsch das brauchen wir ewig um Eisen zu finden oder sowas wo bist du denn? na wenn er meint ich bin grad wieder zurückgelaufen ich bin auch wieder zurückgelaufen da wo wir uns getroffen haben äh bin ich auch grad glaub ich dann bist du nicht sag mal deine Koordinaten Minus 55 Minus 664 Minus 55 ja da haben wir uns auch noch nicht getroffen da ist er nicht naja ich bin nur ein Stück da dein ist noch ne Kuh egal wir brauchen jetzt ne Höhle auf jeden Fall ok na hier ja das ist keine richtige Höhle ne oder? ne hier gehts nur nach unten gehts da ganz tief runter? hier gehts immer weiter nach unten oh das ist gut das ist gut das Eisen hier ist hilft viel Kohle oh Gott das ist ein Creeper la 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 totig Monster zählt er noch nicht ja aber trotzdem oh seitdem das Eisen weggeballert naja da gehts schon nach unten da gehts schon nach unten da gehts schon nach weiter hast rechtes Recht fucken haben wir erstmal ein paar und ich hab irgendwie in letzter Zeit was mit meiner rechten Maustaste klick irgendwie automatisch doppelt wenn ich einmal aufdrücke ok ne das war bei meinem Mausrad so also als ich gedreht hab ne mein Mausrad ist nicht so kaputt aufpassen lass den Creeper explodieren wenn dann mal ein bisschen weiter weg so sehr schön wir brauchen erstmal Steinspätter am besten was für ne Workbench äh ja ja stell mal hin am besten auch Steinspitzhacke ja ich geh mal ein bisschen weiter ne oh Gott ja mach oh nein hier ist der Border na geh andere Richtung ok hier unten dann hier ist oh ne oh ne Wasser das wars schon mal fast voneinander ja so ein bisschen Eisen bräuchte man vielleicht doch schon ja zumindest von Anfang das war beide erstmal da oben ist noch Eisen hier ist ganz viel Eisen lieber die Eisenrüstung oder ein Eisenschwert erst Eisenschwert dann Eisenschwert hier oben ist nix weiter also hier ist nix weiter wir fahren jetzt am besten so lange bis wir beide ungefähr na gut du brauchst eigentlich gar nichts ich bräuchte wenn ich in den Nähter gehe bräuchte ich schon so einen Brustpanzer und ein Eisenschwert vielleicht ha ne ne so dann bräuchte ich auf jeden Fall auf jeden Fall eine Lava See bräuchten wir und ein Eimer Lava See hab ich ja schon mal gefunden ja hab ich ja schon gesagt aber du hast so oh ja egal so Kohle nimm die Kühe mit egal ja wenn es so viele sind dann lohnt sichs nicht weil dann bleibt immer welche übrig ey draußen das war ein Ofen ist draußen nacht kann sein krass ist nicht viel Cola hier ich stell kann zur Levelfarm mit der ich mach schon mal naja ich hab kein Steinspiegel gesagt achso ich mach jetzt noch einen zweiten Ofen und dann dann kannst du das Fleisch rein und da hinten ist noch Eisen in der Decke ja hols holes Eisen ich hab keine Steinspiegel da nimm hast du das ich wollte mir grad selber eine machen ich mach sie grad nicht okay so zweiter Ofen und da packen wir jetzt Nahrung rein ja fahr mal cool und dann bringen wir wieder was zurück na gut dann mach ich mal ich hab keinen Stein mehr das bist du wer wer ansonst weißt du das ja du kannst ja dann eine machen jo ja draußen ist nacht so leg mal dein Fleisch rein leg mal dein Fleisch rein in den Ofen in den Rechten in den Rechten wie hast du das so lange haltbar gemacht? was? die Cola hä? die hält acht ach so das Bratflau ginge okay lass mir das Eisen mal für mich damit ich schon mal was hab ja ja ich kann ja mal hier äh ich kann ja mal hier auf innen von einmal auf innen von einmal für Faden und Bogen oh hier gehts ja noch weiter oh nein der Mond ist nein oder neuer ein Cat keine Ahnung was ich such mal hier ein paar Dinge ins Kirschen ja keine Creeper bitte wo ist denn der ach so du hast ein Lava sie da irgendwo gefunden ja wo also ja auf dem Weg hierher sozusagen war mmhm aber ich werde ihn schon wieder finden ach hier ist Border leider ah hier 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 so ich mach wieder ein Bewusstpanzer da ist was explodiert öhm und irgendwie schläft in letzter Zeit meine Linke Hand ein jeden Tag die ganze Zeit und zwar immer wie ich spiele und zwar immer wie ich spiele hatte ich auch schon mal ich muss erst mal rechnen dann mach ich mir einen Eimer und dann geh ich sofort in die Hölle ich hoffe da hab ich dann gleich eine Feste Alter ich hatte zwei zwei Spinnen hatte ich gesehen zwei Spinnen ich wollte verwogen den ganzen und dann kamen übelst viele Viecher und dann erst explodiert weißt du und hier ist Zuckerrohr ich hoffe mal ich reach jetzt nicht den Border ich mach mal eine Kiste boah ich hab hier Zuckerrohr ich hab schon Zuckerrohr achso gleich aber auch da hinten ist eine Spinnen und zwar ganz allein das ist gut gut dann mach ich jetzt noch einen Eimer oder doch nicht allein noch einer Spinnen ja am besten wärs ich würde das jetzt mal überleben bist du die ganze Zeit schon an der Oberfläche oder was ja natürlich ich würd sagen ich reiß die Base hier unten mal ab weil hier ist ja nichts weiter jo so jetzt erstmal kurz weg von dem Creeper und warten bis die Spinne angekommen ist du kannst ja schon mal eine neue Höhle suchen am besten wir brauchen wirklich viel Eisen hier ist noch hier ist noch so ein Stronghold also hier ist ein Stronghold also solche Riesenberge ich weiß nicht ob man da reingehen kann ja es sind Riesenberge wo man zwar Rakt und so finden kann mein Creeperiki gewesen ja Riesenberge solche riesigen weißt du so wo bist du denn jetzt? ja ich komm jetzt wieder zurück ich sehe dich da hinten müsste da hinten müsste ja hast du schon irgendwie eine Höhle gefunden? ne wie gesagt da hinten ist so ein riesiger Berg wahrscheinlich so ein paar Höhle oh Creeper exclutieren ganz schön ja 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 hast du irgendwie ein Steinschwert oder so? ja ich hab die Base abgerissen ja da hast du essen da hast du ein Steinschwert ah danke gut das ändern wir ja nicht angucken mhm so wir brauchen eine da kommst du sogar weiter ah scheiße naja die Strongholds hier eben mhm da kann man noch irgendwo rein aber ich denk mal da hinten ist schon wieder Borderhaus so so wie gesagt man eine Höhle also Gold finden ja Gold finden ja das ist doch einfacher dann so oh jetzt ist erstmal eine gute Höhle ja